was hat der denn meine fröße donkey kong spielt mit schalter das kann ich muss hier runter toll wenn ich den schalter festhalte bleibe ich da das war knapp ach nein nein die welt wird mir absolut nicht gefallen nein und noch ein versuch donkey kong betätigen schalter danke los du auch schon macht ihn mach einfach hin ich versuche das jetzt oben lang ist mir egal wie viel markt dabei kreppieren scheiß kann so endlich na los na los komm 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 fahr hoch fahr hoch fahr hoch so geht doch sie ist immer da umgegangen auch da kann ich drüber hmmm sie ist immer da umgegangen auch da kann ich drüber die unterste tür und lass mich warten der schlüssel ist ganz oben scheiß kugel los komm wir haben noch keine zeit wir haben mario hey wie mich dieser ja danke das fängt ja toll an ich liebe dieses spiel danke und auch dafür da dran so lalalalalalala mhm oh das wollen die mich hier verarschen ich muss doch trotzdem auf meine reise ist mir egal trombolin komm her ich brauch dich mal danke danke gut so danke komm lass mich da oben hin lass mich da hin boah hier fliegt eindeutig zu viel durch die gegend eine sehr projektilreiche luft muah runter 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 ganzen runden und endlich die türe meine güte ja komm geht direkt weiter noch so eine welt ich lieben lerne ja 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 ist klar mario bewegt sich noch da hinten danke ich habe wieder nicht geschafft ja endlich und drauf da und drauf da und drauf da und drauf da ich hoffe das passt ich hoffe das passt ich hoffe das passt schon versuche nochmal drei leben zwei leben zu kriegen aber nein wieder nur eins sehr schön das spiel macht mich doch das spiel macht mich doch das spiel macht mich doch so kommt da nicht durch nur so Mario dreh dich dreh dich danke krabbeln wir erstmal bis oben die tür da raus schlüssel nehmen ach das ist so ein dummes level einmal das ganze umdrehen schlüssel wieder an uns nehmen schlüssel dahin werfen umlegen das ganze schlüssel nehmen dahin werfen eine leiter ich nicht schlüssel dahin schlüssel dahin schlüssel hier runter los komm her schlüssel 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 umlegen schlüssel nehmen dahin werfen ach so hierfür brauchen wir noch mal das gut hier runter ich hoffe das war nicht zu spät nein meine fresse Mario du schlüssel dahin danke hier hin schneller ich hab nicht den ganzen Tag Zeit umgelegt Schlüssel dahin los kommen das geht schneller danke Schlüssel hier hin das Ding geholt schlüssel da drauf da drauf wir warten noch eine Runde jetzt machen wir's hier hin mit der Leiter Schlüssel dahin los los komm her das war glaube ich ich hätte mich getreten einmal das umlegen einmal den schlüssel dahin schlüssel schlüssel aufnehmen einmal den schlüssel darauf werfen und nochmal darauf werfen so das müsste jetzt die Tür gewesen sein ja ist er und durch einen an die 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 Untertitelung des ZDF, 2020